Am Ende versinkt das Jahr, das Leben dann doch wieder in Wehmut, Wohlwollen und Milde. Zieht man erst einmal Bilanz, ist kein Platz mehr für allzu viel Kontroverse. Aus, vorbei und lange her? Nehmen wir zum Beispiel Boris Becker. Mit Günther Jauch spricht er erstmals live im deutschen Fernsehen über die Pleite Gerüchte, hieß es vor der RTL-Sendung 2017. Menschen, Bilder, Emotionen. Aber so ganz genau will der gütig gestimmte Familienvater der Nation, so ganz genau also will Günther Jauch dann doch nicht nachfragen. Und so raunt er zwar etwas von enormen Summen, genaue Zahlen kommen dann aber doch keine auf den Tisch. Sie wollen Zinsen im hohen zweistelligen Bereich, ich nicht, weil es anders ausgemacht war, sagt Becker unbekümmert. Aber, meiner Firma geht es gut, ich bin sehr beschäftigt, die Marke Boris Becker lebt, erklärt der Markenbotschafter, aber das hat er vorher ja auch schon gesagt. Der Abend ist halt einfach ein weiterer PR-Termin in seinem Leben. Lediglich gegen den Privatmann Becker laufe eben ein Insolvenzverfahren, sagt er aber die Uhr läuft für mich, so der Ex-Tennis-Spieler, und kommt bei Jauch damit auch durch. Der fragt lieber danach, wie es ist, 50 zu werden. Es hat verdammt weh getan. Oder als ewig 17-jähriger Wimbledon-Sieger und National-Eigentum in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe mir dieses Leben ausgesucht. Jauch ist einer, der Boris Becker auch lieber für seine sportlichen Heldentaten bewundert. Ich möchte meine Rechnungen bezahlen, sagt Becker mit treuherziger Stimme, in einem Einspieler, der ihn an diesem Abend mal um mal ankündigt. Was am Ende bleibt, ist dagegen diese Erkenntnis, das kann man sich nicht vorstellen, Boris Becker zu sein. Etwas in der Art könnte auch Walter Kohl, der Sohn des verstorbenen Altbundeskanzlers, von sich behaupten, vom Tod seines Vaters erfuhr er aus dem Radio, später bekam er im eigenen Elternhaus und vor laufender Kamera Hausverbot. Aber über all das ist er jetzt hinweg, er spricht nur von einem Abschied in Würde von Helmut Kohl, von Frieden und Ruhe und natürlich der Wiedervereinigung, seiner Mutter Hannelore, während alles andere Schnee von gestern sei. Von ihm wird man heute auch keine Vorwürfe mehr an Stiefmutter Maike Kohlrichter hören. Es ist ein eher schweres Gespräch für den plaudrigen Günther Jauch. Der war zuvor schon enpassant über den einzigen, echten Politik-Gast an diesem Abend hinweg getalkt, den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz, ÖVP. Dank der rechtspopulistischen FPÖ wird er wohl bald Österreichs jüngster Bundeskanzler werden wird. Wobei das böse Erwort bei Jauch nicht fällt. Er nennt die FPÖ lieber nicht sehr fremdenfreundlich und Kurz antwortet ihm, dass die Koalition im Grunde alternativlos sei, weil die SPÖ, ähnlich wie vor kurzem noch die SPD, in Deutschland, nach der Wahl eben lieber in die Opposition wollte. Und in Österreich hat die große Koalition ja noch eine viel stärkere Tradition als in Deutschland. Die Sache mit der Alternativlosigkeit leuchtet offenbar ja auch ein, zumal Kurz dann noch sagt, diese Regierung wird proeuropäisch sein. Dann kann man auch schon wieder übers Alter reden, Kurz ist ja erst 31 und war mit 24 schon Staatssekretär, mit 27 Außenminister.